Was haben die sich jetzt davon versprochen? Das weiß ich auch nicht. Habt ihr gesehen, wie Tarek nur von nebendran stehen krepiert ist? Eisenhardt! Oh Mann, ey, so fast... Oh, gleich hab ich 4000 live, Ricardo. Mit Kartus. Oh, im Ball. So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal weiter durchpushen, ich und Ricardo. Das seh ich nicht so. Ich brauch noch Items. Ja, aber wir können das Video auch nicht in die Länge ziehen, in die Unendlichkeit. Ja, stimmt. Na, dann lass uns mal durchpushen. Ja. Imba-Bild, Sunfire-Garthus, ihr seht's. Einfach Imba. Ja. Ist auch gut zu empfehlen, also. Ja, also schaut's euch an, es funktioniert. Eiskalt. Genau, so wie AD-Arnie funktioniert auch, also. Ja, 9511. 9511 mit AD-Arnie. Rockert. Das kriegen manche Arnie zum ganzen Game nicht zusammen. Richtig. Und die spielen auf AP? Das Beste ist, ich kann Eiskalt den Tower auch noch tanken. Böse kleine Mumie. Wieso macht er kein Verzweifeln an? Aber ich bin dafür, wir holen uns jetzt gleich Tarek. Ja, go. Na, laufen sie nicht durch, schade. Na, gucken wir auch, was denn los. Fahr allein. Wir können auch anders von Team Pawn. Aber wie schnell ich hole, wie schnell ich hieß, Mike. Oh, ist er krepiert. Also, wir machen jetzt alles geil aus. Das war gerade schon... Ich glaube, das ist gerade eine epische Klatsche für den Gegner. Also, Sunfire-Kathos. Sunfire-Kathos ist imbar. Das hat die Theorie eindeutig bestätigt. Ja. Sunfire-Kathos. Einfach imbar. Und AD-Arnie. Und AD-Arnie. Das war Team Pony Spy. Ich bin Syl. Ich bin Q. Ciao, ciao.